Wir kommen nach Österreich und wie so oft, wenn das so ist, liegt uns der Korruptionssumpf zu Füßen, der ja in den letzten Tagen vor allem an seiner Südseite ziemlich zugelegt hat, sollen Politiker, denen der Gatsch bis zum Hals steht, früher zurücktreten müssen. Das ist die große Frage. Der zweite Nationalratspräsident, gewichtiger ÖVP-Politiker, Fritz Neugebauer, fordert nun, dass bei bestimmten Delikten rechtskräftig verurteilte Politiker automatisch ihr Amt verlieren müssen. Gute Idee findet auch die SPÖ, namentlich Klubobmann Josef Tschapp. Und am Abend kommt dann noch eine gewichtige, mächtige, schwarze Stimme dazu, so wie Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll überhaupt ziemlich viel, vor allem zu Kärnten, einfällt. In Kärnten hat die SPÖ nun Versuch Nummer 3 für Neuwahlen im Land gestartet. Innerhalb einer Woche muss nur neuerlich eine Sondersitzung des Landtags stattfinden. Bislang kam ja die Kärntner Freiheitlichen in einen entsprechenden Beschluss von SPÖ, ÖVP und Grünen durch Auszug aus dem Landtag, wie hier zuletzt gestern, verhindert. Ein Vorgehen, für das der niederösterreichische ÖVP-Schiff kein Verständnis hat. Eines wäre in Niederösterreich nicht denkbar und nicht möglich, dass man in Wahrheit durch Ausziehen aus einem Parlament demokratische Entscheidungen unmöglich macht. Das halte ich für äußerst zweifelhaft in einer gut funktionierenden Demokratie. Vorstellbar ist für Pröll, dass der Parteichef der ÖVP künftig ein Durchgriffsrecht bekommt, das die BundesöVP also direkt in die Landesparteien hineinregiert. Das muss ja auch im Interesse jeder Landespartei sein, dass in ihrer Organisation Ordnung herrscht. Und wenn eine Landespartei nicht selber die Reinigungskraft in sich hat, dann müsste sie eigentlich dankbar sein, wenn ein Bundesparteiobmann oder ein Bundesparteigremium für diese Ordnung sorgt. Zumindest indirekt gibt es heute auch Kritik an den Kärntner Parteikollegen, nämlich daran, dass die Kärntner ÖVP eine Koalition mit den Kärntner freiheitlichen, nachallfälligen Landtagswahlen nicht ausschließt. Was sich dort alles abspielt, da kann man sich nur mit Grausen abwenden. Und die handelnden Personen und die Verantwortungsträger müssen selber wissen, was sie tun. Meine Eltern haben mir schon immer gesagt, wie man sich bettet, so liegt man. Und wenn ich eine Empfehlung aussprechen darf an die Kollegen in Kärnten, dann ist es nicht mehr und nicht weniger als die, zu schauen, dass sie sich gut betten. Die nächsten regulären Wahl muss jedenfalls Erwin Pröll im kommenden Frühling in Niederösterreich schlagen. Das politische Umfeld für die ÖVP bezeichnet er derzeit selbst als nicht lustig. Das politische Umfeld für die ÖVP muss jedenfalls derzeit wherein sie sich gut bettet,